Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch zeigen werde, wo ihr den Woche 6 Battlestern bzw. es wird ein Banner sehr wahrscheinlich wieder sein, finden könnt. An der Stelle natürlich, ihr müsst die Missionen dieser Woche fertig haben und ich weiß nicht genau, aber ich glaube auch die Wochenmissionen davor durch haben. Jede Woche kommen immer Leute an, die dann sagen, ey, der Stern, der ist da gar nicht und der ist dann da immer. So, wisst ihr, weil die dann die Mission nicht fertig haben. Macht die Mission fertig, bevor ihr hier versucht den Stern oder den Banner einzusammeln. Okay, auf dem Bild war zu sehen, die Koordinaten E2, E3 und F2, F3. Das bedeutet, also ich gehe davon aus, dass dann der Banner hier zwischen direkt auf dem Kreuz liegt und das ist hier an der Stelle. Hier in dem Umkreis sollte der Banner erscheinen, wenn ihr hier auf dem Weg rumgehen solltet. Ansonsten einmal hier am Baum schauen, aber der Banner wird hier kommen, hier auf dem Weg einfach ein bisschen rumlaufen, hier sollte er erscheinen. Das ist direkt unter dem Piratenlager. Ja, hier. Ich hoffe, ich konnte euch natürlich mit dem Video wieder helfen. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich werde wöchentlich die Guides zu den Missionen, die ein bisschen schwieriger sind, hochladen und ja, wäre schön, wenn ihr auch im Boot wärt. Haut rein, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.